moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen fortnite video ja heute der zweite herausforderung aus woche 8 die wir euch zeigen und zwar müssen wir hier wieder einen schatz suchen den gab es auch sogar in season 3 oder 4 irgendwie sowas dort gab es die schatzkarte auch schon in paradise holmes da wo dann moisty maya rausgepatscht wurde was ich sehr scheiße finde aber naja genau dort müssen wir aber zuerst die schatzkarte aktivieren und dann können wir in der darauf folgenden runde uns den schatz holen also wir können leider nicht beides in einer runde machen aber ja das ist ja auch nicht jetzt so dramatisch genau einfach hier sehen wir unten das große gebäude und dann hier ich habe ein bisschen falsch markiert also ich habe einfach nur paris markiert und hier unten einfach ein bisschen fallen lassen dort haben wir dann auch schon die schatzkarte erst dachte ich so wird es ja gar nichts und dann dachte ich kann ich ja noch suchen zeige euch die gleich auch noch mal man sieht natürlich was es ist was vielleicht ganz klar genau und dann fliegen wir noch einmal hin und da würde ich auch schon sagen war es das mit dem video ich würde mich über ein abo freuen oder auch über ein like wenn es euch geholfen hat und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video und rein und auch den stern holen hat er leider nicht bekommen tut mir an der stelle sehr leid